Anna-Maria Damm schwebt im absoluten Mama-Glück. Sie erwartet wieder Nachwuchs. Mit ihrem Freund Julian Gutjahr hat sie bereits die vierjährige Tochter Eliana. Jetzt bekommt die Kleine ein Geschwisterchen. Das verkündet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Netz. Unsere Familie wächst. Wir können es noch gar nicht richtig realisieren. Schreibt sie unter ein Foto mit ihren zwei Liebsten. Anna-Maria ist froh, dass das Geheimnis jetzt endlich gelüftet ist. Schließlich wird sie in den vergangenen Wochen von ihren Fans immer wieder nach einer möglichen Schwangerschaft gefragt. In ihrer Story meldet sich die Influencerin dann auch persönlich bei ihrer Community und verrät, dass Julian und sie sich ganz spontan für die Verkündung entscheiden. Lange hätten die beiden damit aber auch nicht mehr warten können. Samstag kann ich den Bauch nämlich auch nicht mehr verstecken. Und tatsächlich, unter Annas weißem Kleid ist ihre wachsende Babykugel schon deutlich zu erkennen.